so hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft hardcore ja und in diesem part werden wir keine ahnung was man mal hier spenden wir gucken wir mal rein essen was kann ich in spenden einen kufi gebe ich nicht weg ich habe inzwischen auf dem bogen infinity drauf also unendlichkeit ich habe reparatur auf meinen diahelm und so damit es sich kaputt geht ich habe ein bisschen gas trennen und so und ich will den er war also beziehungsweise ich habe hier ein bisschen zu sein und mein händler blatt gut hätten wir das mit dem händler auch so okay so wir haben ein schild wir haben ja ich glaube wir machen uns jetzt noch ein schild was wäre noch gut was ist gegen kampf gegen ender dragon gut ich habe ja ein bisschen schon alchemiert also so wobei ich brauche mich verkürzt wie kippa wohl verkürzt eigentlich ich will wohl war noch machen ja ich beschwerfe so ruf war ja ich beschwere so ein ruf war vor den augen der anderen beiden und die sterben dann erfahren wir fahr ich das wäre mal richtig nice ich würde das richtig feiern und gekommen dass man beginnt nach mir kein bock was man jetzt machen was gibt es ja mal kann kommen wir bauen unsere basis ein bisschen aus das wird zwar keiner sehen aber dafür kann ich quatsch haben ich mag quatsch quasi gut aus und falls ich fragt wie sich kategorien nehme ich finde das original mein kraft text und links eigentlich in ordnung außerdem weiß ich was wo was wann ist irgendwie so ja und deswegen werde ich jetzt hier ein paar briggs abbauen und so alter ich bin richtig schützt dass ich runterfalle alter ich hasse mich so der aber wenn ich jetzt stimmt wenn ich jetzt da wir sind dann wieder in der aufnahme auch gott ich bin ich jetzt einmal sterbe dann war es das endgültige um wieso geht mein handy ganz halt so laut an und das lese ich jetzt noch mal kurz ich bin so professionell so jetzt mal mein handy auf lautlos jetzt jetzt nicht ich nehme auf hallo seid ihr öfters ich glaube ich ja ich brauche hier so eine kleine feste und hin für uns ist das ist doch wer doch genau ist joshi falls katzen wo seid ihr ich finde euch aber noch so weil wir jetzt sterben dann weine ich weil wir können eigentlich fast gar nicht mehr sterben da habe ich gerade mit einem klicken zwei blöcke abgeworfen ich will glows down alter ich will glows down kann ich auch misset wo ich dazu noch was sagen da habe ich mich gerade erstellt dachte ich habe gedacht okay jetzt ist vorbei mit mir alter ja stimmt wir wollten ja quatschen dann kommt auf einmal so aus dem nichts das war gerade die krass ist die reaktion die ich hier hatte auf ein gast ich hatte ernsthafter schreck durch den scheiß gast ich fühle mich so ein bisschen wie die legend of zelda wenn ich das mal so sagen darf wo alle die musik die musik files sind echt schön hier in minecraft ist da nur gelegentlich laut alter macht 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 doch noch mehr spannung bitte ich kann es kaum erwarten das kurz okay ja das war nach manöver von dem magma slime habe ich da nicht gründerung drauf so habe ich keine magmawelle bekommen ich finde das nicht in ordnung ich finde das gar nicht in ordnung von euch machen wir so okay hier bin ich normalerweise rein und da drüben ist ich bin Quatsch ich bin Quatsch da drüben ah scheiße das war epic fail da ah ich brenne alter was haben die hier angerichtet war johannes oder so hier weil ab jetzt ist wirklich die erste aufnahme die ich nicht mit den beiden drin Alter ich müsste hier irgendwie mal hochkommen komm wir bauen jetzt hier hoch hallo it's me Alter ich will nicht sterben Alter alles aber nicht Alter was ist das für eine Spitzhacke ja okay ähm oh Alter wir haben schon fast richtig wir haben so viel Quatsch ja dun 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 und wir haben noch mal wieder wir haben noch mal wieder die erste äh die erste 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 die Denver die und die 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 Alter, was haben die denn für Probleme mit mir? Alter, was ist das? Das war's so cool. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020